Einen wunderschönen guten Tag hier zum Sechst-Liga-Rennen aus Brasilien, heute mit 18 Fahrern und zwei Neuen mit oder anderem Grasheim aus Liga 2 und Niklas. Ich werde gewinnen. Wer? Niklas wird gewinnen. Erik hat ja heute gesagt, er wird alles zerstört. Habe ich nicht gesagt. Vor allem nicht. Habe ich nicht gehört. Ja, es dürfen alle mal zusammen Hallo sagen. Hi. Tschüss. Hallo. 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 Komm zu. Waffe. Tschüss. Jolo. So, ich nütze mich jetzt und bin mit meine Zuschauer. Komplettes Qualifying heute. Ja, tschüss. Wir sind wieder mehr als 17. So, bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen, bitte Regen. Bist du eigentlich, Robi? Robi, nix ist da, Regen. Nee, Regen ist einfach mal, Regen kann ich gut. Regen kann. Robi. Robi. So. Robi, du kannst das gut, mir nicht, also pssch. Regen. Oh, Regen ist auch mit mir das Jahr. Wer sind die zwei Dummen gleich? Regen. Na ja, werden wir mal sehen. Passieren Sie jetzt nicht. Schwarz, überlegt, ob wir auf Hertha geht. Wir können ein relativ enges Feld haben. Ein harter Reich, glaube ich. Kein Regen. 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 Ich sag euch vor dem Fallen, Blatt drauf und Regen komplett voll wird. Och, Tobi. Regen komplett voll wird. Möchtet bitte warten. Ja, bei mir steht auch bitte warten. Warten. Jetzt geht's los. Warten auf Spieler. Ja, wie spannend jetzt hier. Nein, scheint trocken zu sein. Bei mir ist das Intro jetzt gerade. Ich bin so der letzte in der Gruppe, der nur keinen Haken hat. Ne, komm. Das Intro muss ich immer durchlaufen lassen. Ja, ich auch. Jetzt fehlt nur noch. Alles klar. Oh, ich weh schon was. Ja. Das ist doch ein Witz, Alter. Das ist prakt mittlerweile, ey. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ich find's gut. Ich auch. Jene Fashion, die ich fahre, ist sonnig. Ja. Keine Wolke am Himmel. Also, ich glaub die Sonne scheint nur wegen mir. Ohhhh. So ein weiterer. Hahahaha. Hahahaha. Alles klar. Na gut, sonst scheint ja nichts für dich. Aber, nehm mal. Gehen wir kurz die Teams durch. Achso, ne. Falls ihr mal ne Kussierer kommt für den Zuschauer. Bitte in die Kommentare schreiben. Toten Stille. Toten Stille, Antony. Toten Stille. So. Wir haben wieder mal ein paar neue Teams. Ja, wir gehen mal hier durch. Heute, letztens wieder vollständig mit Philipp und Quants. Team Red Bull heute alleine mit Eckerborn. Also, save keine Punkte. Hahahaha. Er kann sie ja nicht mehr. Äh, Ferrari haben wir dann mit Mark und Nayib. Das Standard-Doo. Williams mit Cosratch, der heute etwas Handicap, Handicap, Handicap-Pferd. Warum? Und, äh, Red Fire. Nein, Erik. Dieben Tore Ross heute auch alleine, Gina. Moin. Was haben wir denn noch? So, ja. Wir haben Team Haas mit Niklas heute das erste Mal dabei. Okay. Und MSC, Team Marner mit Kasse heute alleine. Äh, dann haben wir McLaren mit Schwarzi und Totkena. Und ja, eigentlich das Schlechteste kommt zum Schluss. Was? Hast du gemerkt, Erik? Der sagt uns beide immer am Ende. Was? Immer am Ende. Was? Vorerst haben wir das noch Renault. Vorerst haben wir das noch Renault mit Bananen-Sandwich. Weiß das hier ist, aber ich weiß das heute nicht da. Und natürlich ganz zum Schluss, denn sauber. Aber naja. Ich glaub du hast Post India vergessen. Post India auch noch, ja. So mit Crafty und PTR. Ja. Erik kommt halt immer, alter Verschönheit, ne? Antoni, ihr habt Tangengebox wieder heute. Wieso? Sauber ist der, warum? Brasianischen Sponsor. Ist die Strecke so sauber heute oder was? Ohhhh. Kobi. Äh. Topf, Lebensdauer, 18 Runden, wer es glaubt wird schädlich. Ja mit dem Platten kannst du auch noch fahren. Ähm. Nur nicht so schnell. Ja stimmt. Fuck. Fuck zu früh geworden. Au ich lebe. Peter, flieg eine Runde jetzt. Und jetzt noch mal aufpassen. Boah das Temporat da. Erik ist schnellster mit 80 km A. Finde ich gut. Hahaha. Das steht da wirklich. Erik nicht wieder in die Boxen, man. Alles klar. Weißt du er ist erster mit 80 km A. Und der Peter ist mit 344 km A. Ja Erik abkürzen. Jo. Aber ich hatte eh schon eine Schaffnerperson. Aber eigentlich muss man nicht so anfangen. Wie viele fliegen eigentlich raus? Zwei? Einer. Zwei. Zwei. Zwei für den Aus. Zwei. 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 Bittee. BIP moins. Mal fahren alle vorbei. Boah, Erik, schlag er erst noch. Ja, ich hab den Asch abgebaut. Ja, ich hab den Asch abgebaut. Boah, Alter, mit einem 1-12-0-Erster. Boah, Alter, mit einem 1-12-0-Erster. Boah, Alter, mit einem 1-12-0-Erster. Boah, Alter, ich bin ein paar Tausendstel hinter dir. Aha. Okay, jetzt finde ich das. Ach, toll. Da ist ein paar Tausendstel, knapp eine Zehnte. Schon mal Anbrens-Punkt. Ich hab den Cobra 1 verpasst. Diese Erik. Das Wetter sollte heute keine Rolle spielen. Rechte damit, dass es drücken bleibt. Taschenlampe anmachen, damit ich unten dran, damit die Petale seh, ob die auch grau sind. Haha. Warte, wir haben morgen einen Bio-Test? Fuck. Die Jüße desknechtet von mir. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Bio ist ein reines Lernen von. Nee, ich bin grad in der Boxen-Ausfahrt in die Wand gefahren. War der kaputt? Ernsthaft. Wo ist der? Mein Linker von Spiegel ist gelb. Haha. Cody? Der hat vor so'n Eifen abgedrückt. Lustig wär gewesen, das Auto wär ganz schrotten gegangen, ey. Was ist das denn hier? Hier. Sorry. Sorry. Sorry, ähm. Ich war hier nicht auf der Schleimung, ich geh erst auf. Okay, warte, ich lass noch ein bisschen Platz. Das ist auch schon abkürzend. Du bist bescheuert, Alter. Da fahr ich irgendwie in die Wand drin. Wart sie? Ich fahr außen. Hast du noch eine kleine Runde? Nö, nö. Ähm. Wer ist das? Deine Liga. Ich muss bitte rausgehen, ey. Er soll Minecraft die Nacht schäumen, denn in Liga 2. Ach komm, Spiel, Alter. Tobi abgekürzt, oder wie? Easy. Gehst du, was ist... Das ist ne schnelle MSC. Das ist so... Halt. Drei Stelle rücken, dreimal abgekürzt irgendwo. Mal müssen zu weit rauskommen. Und das Auto ist... Und das Auto ist online so anders manchmal. Ja, Alter. Oh, dann hast du überhaupt reißen. Ähm, verschlossen. Und das Auto... Keine Ahnung, ich komm damit anders, woanders besser klar. Momentan muss man eine 1, 13, 6 und 2 fahren um weiterzukommen. Eine? 13, 6 und 2. Was, ich will 15. auch facken. Danke. Ich schau mal wieder wie du bist. 19 im Moment. Die Zeit ist scheiße. Ja, normal. Antonius, kannst du... Hacke. Na, das ist auch gut. Scheiße. Ach, du magst halt gerade auch umfühlen. 13 lang, Antonia. Kann berühren. Ich versuch's, glaube ich, noch mal. Eine Runde kann nicht mehr. Ja, ich gern die Box. Noch hervorfliegen wir einfach. Quirk geht, Quirk rein. Also, ich muss erst mal wie auf die Strecke einschießen. Ich glaube, ich werde den Soft einfach... 30 Sekunden, äh, über 30 Minuten gefahren. Eine Stunde. Da oben, vorne ist der Strich. Ja. Der Strich, voll weg. Danke. Nein. Was muss man fahren, damit man weiter ist? Äh, Banner. Nein. Ja. 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 Ich weiß, die Runde ist eigentlich ein bisschen frei von auf 20 Prozent. Und ist auch nicht ideal. Ja. 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 Ich kenne das Spiel irgendwie auch so ein bisschen vorsichtig mit ihm wechseln. Wer der 50 Meter schlägt, der hat mit voller Zipore weggemacht. Okay, er muss. Oh, Tobi ist aber stark. Starten. Nee. Weg nicht. So, da sollst noch mal was. So, und dies war uns aber auch ohne Frontflug anzupacken. Der Sauber da oben. Ja. 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 Ich bin auf dem Graspussen gebremst. Ja. Scheiße, Alter. Das ist auch nicht so möglich. Ich choke immer richtig im Qualifying. Nee, ich hab voll gut bleibt gemacht. Ich bin auch immer so komisch im Reifen. Ich bin auch so komisch. Ich bin auch immer so komisch. Ich kann das ja bei uns ausmachen. Ja. Guck ich mal, Eriks. Wir machen mal ein bisschen Druck. Warum Druck? Ja. Ich hab jetzt die Kucke. Alter, ich bin 17er, ich bin gerade draußen. Oh, fuck. Kann mal jemand gucken, als Kucke auf geht es jetzt. Wo ist denn der gerade? Ähm. Bei ihm ist ein Beifel. Der ist jetzt das, äh, ja. Anfang, Mitte, Mitte. Ich bin jetzt in dieser komischen Links, dieser Ekelhaven langen Ding. Ja, auf jeden Fall. Oh, da oben ist die Kucke. Da oben ist. Also in... Guck mal nach hinten, Tobi. Na, ich muss erstmal, ich muss erstmal die Dings finden. Die Linie. Bist du nie Brasilien gefahren, oder was? Was ist das? Brasilien ist halt so spät im Kalender. Da fällt mir die noch nicht. Die Kucke am meisten in der Karriere. Ach, Karriere, Alter. Karriere, ich war nie weit ins Barcelona. Wieso wundert mich das bei dir nicht? Karriere, letztes Mal Karriere gespielt. F1, 2, 13. Da war auch Karriere mal cool. Könnte man noch sauber auf eine Pole fahren. Hab dich jemand von der 1 verdrängt? Nein, noch niemand. Oh, sei. Ich choke hier richtig. Ich auch. Sieht so, Alter. Ich bin richtig am Choken. Ich bin immer noch schnellster im Sektor 3. Ich frag mich immer noch mal raus. Was bist du gefahren? 7, 2. Also 12 Leute in einer Sekunde. Ja. Wieder erwartet es Tobi. Alles irgendwie einander. 16 Leute in 1,3 Sekunden. Ja, kann man nicht so weit entfernt sein. Wurde ich noch mal raus. 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 Anders geht es da nicht. Sonst bin ich hier. Sonst bin ich hier. Sonst kann ich alles wiedersehen sagen. Ja, das steht aber nicht leicht. Bei Niklas bin ich mir auch nicht so sicher. Das ist schon zu machen, ich hab dir da ja schon mehr. Ich hab' die Rücken versaut, Alter. Grüßt ihr? Was ist denn da? Schön Niklas, schön Hallo Tschüss Erik Noch mal ne Box 3-FGner noch Niklas bei aufgelost Niklas nicht zocken Tui Was ist denn Erik? Entschuldigung, die Platzierung ist nicht sehr gut Entschuldigung, du hattest gut, du hattest Geile, geile Runde, oder? Die Zeitabstände sind doch richtig eng Ja das ist Ah fuck, ich wollte nicht aufs Setup drücken Ah fuck, ich wollte nicht aufs Setup drücken Bananen Center, ich bin hinter dir Äh, ein bisschen weiter weg, aber sollte kein Problem sein Ja, ich pass auf Ich weiß, es liegen nur, äh Ich fahrt schon Nein Fahr vorbei Ja, ich wollte sicher gehen Naja, danke Nur für dich, mein Schatz Tobi 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 ist auch Ja, es ist jetzt ein Warp Erik, hast du nicht gesagt, du fährst das mit 1.11? Ja, Zeit fahren Ja Das ist ja gar nicht vergleichen Ja, und jetzt fährst du 1.12? Ja, und jetzt fährst du 1.12 Was weiß ich Alonso, wer war das da? Ich hab grad eingeschätzt, dass ich's nicht schaffe Ich hab grad eingeschätzt, dass ich's nicht schaffe Ich hab grad eingeschätzt, dass ich's nicht schaffe Gar keine schnelle Ich fahr nur so Multia, ein schnellster im Sektor 1, ein schnellster im Sektor 2, absolute Bestzeit Ja Multia, absolute Bestzeit Sektor 1, absolute Bestzeit Sektor 2 Ja, wo ist er jetzt? Ja, Zweiter Er ist im Sektor 3 Er ist im Sektor 3, 0,3 Sekunden Wie bitte bei 1.12? Ich dachte, du fährst noch 1.12 Nee, ich dachte Ich bin direkt abgebremst, ich will die Reifen nicht zerstören Ich fahr jetzt ganz langsam in die Box Nae, ob geht jetzt auch sonst? Oi, oi, oi Erik fährt raus Boah, Erik wird auch eng Erik, wer momentan draußen? Ja Echt? Oh shit Auf der Kippe ist ein Ei Erik, du hast jetzt schon mal vor 2 Wochen gesagt, Podium und Orselian Niklas ist verbessert? Ja, Erik ist eben noch möglich Ich halt Ja, hab ich Wer fährt bist du? Er war Platz 12 Welcher Zeit? 1, 12, 1 Ja, ich wollt Tobi auf 2 Aber ich hab den letzten Sektor verkackt Ja, ich hab die Wie man bei RTL bezeichnen würde Die Schlüsselküche Fettfire fällt jetzt noch raus Wollen wir mal rüber 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 Wenn der zu schlitt sein Auto Ich verstehe kaum was nicht Warum kann man in Audioeinstellungen nur bis 5 machen Und nicht da drunter Wollen wir mal rüber Wollen wir mal rüber Wollen wir mal rüber Bist du leid Boah, man muss eine 1, 12, 2 Stunden fahren Boah, was ist denn hier für Zeit, ney Ach geil Wie viel Wie viel Wie viel langsamer ist der Frag mich nicht Der Medium Guck bei Mark nach Der ist auf Medium gefahren 0,3 0,4 Hat irgendjemand Janek in der Freundesliste oder sowas? Kann sein Warte Nö Erik ist Russ Nö Ja Oder? Ah ne Erik Fettnov Hä? Warum schmeckt das so bei den Zeitungen? Die Zeitung ist eh bedacht Ich dachte auch der hat abgekürzten Naib 16er Der Naib hinter dir ist Erik Oh Ja Mach mal klein Hau ihn weg, hau ihn weg Also Naib gell, der kann nicht rausdrehen Ja, wollte ich grad sagen Das war nicht so gut Ja, ich bin aber ein fairer Sportspieler Ja Naib ist Naib Vierer Sportsman Echt? Du hättest ja noch ein bisschen Du hättest ja noch ein bisschen Du hättest ja noch ein bisschen Das war's eh Hier bin ich vorhin abgeflogen Ich hatte bis die Dukas im Moment Das meint, dass mein Naib nur dran war Vorsichtig für den Köpfen Das war's Oh Du hättest ja Du hättest doch nicht Das war's Das war's Pass auf, ich glaub das ist Du hättest nur 16 in der Naib Denkt sich so, alter Ehm 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 Hey Na 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 Ehm Okay tschöp Boah alles innerhalb von einer Sekunde ey Horror Was ist auch noch nah dran Was ist auch noch nah dran Ja Monaco, danke an Guterres, da hast du Punkte geholt. Kann er da selber verschulden? Nee, danke an Guterres, der hat mich rausgeholt. Ich mach die Philipp-Tag, ich werde extra helfen. Mir kommt kein Safety-Car oder so, ich schiebe sie mal ab. Eigentlich müssen jetzt alle auf Medium fahren. Du solltest auf Medium versuchen. Aus dem Markt. Aus dem Markt, der hat sich schon zerschossen. Na gut, dann haben wir Reifen-Bug. Viel Spaß. Naja, ich schade das bestimmt nicht. Ja, manche, die mit dem Reifen umgehen können, da schadet der nicht so. Aber ich hab einen relativ aggressiven Fast, der so... Also ich meine jetzt... Der ist ja vorhin gespawnt, ey. Was Reifen angeht. Die Nation heute auch mal wieder richtig schön geschmückt hier. Papa Sokratus aus Griechenland. Ja. Headfire Brasilien. Jamaika. Ha, Tempo. Kostens was cool. 66 kmh, das ist das schlechteste. Ist es neu hinzugekommen, dass man auf... Die Leute, die auf der Strecke sind, kann man bei dem Zeitmonitor, kann man jetzt auf den Namen drauf gehen. Ne, das ist nicht neu. Geht immer schon. Dann mitfahren. Das geht schon immer. Boah. Geil. Also bei mir hat es irgendwie so Mini-Lex, weißt du? Das wird es nicht flüssig laufen. Ich hab 40 FPS. Ah, ich hab 45. 51. 60. Ich war fehl. Ja. 5 FPS. Warum? Sag einfach mal. Jetzt vergleichen wir die FPS oder was? Aber ich bin noch in der Box. Na Erik, du bist es schwer von hinten. Ich fall jetzt erst raus. Weil ich bisschen Platz lassen wollte. Ja. Ja. Ah, es war eng. Es war richtig eng. Ich wär rausgewählt in der Zeit. Ich hätt halt alte Reifen. Sonst hab ich abgeführt. Ich wär mit meiner 1, 2 auf ausgewählt. Ich hab dann nochmal den zweiten Soft genommen. Ja, ich hab auch den zweiten Soft genommen. Aber selbst der war bei mir ab dem C-Shirt nicht abgenutzt. Ich hab eine Runde gehabt und dann reich direkt Vector 1 bis Zector 2. Ich finde, das fährt total anders als z.B. im Sidefly. Ja, Sidefly. Ja, Sidefly. Also ich meine auch von der Grip her. Ja. Ich hab keine Runde gehabt. Achtung, der wollte aus der Box kommen. Auf Medium müssen einfach die Rücken sitzen. Ja, ist echt so. Wenn du sie verkackst, hast du Probleme. Einfach schleiß. Ich glaub mit ner 11er Zeit bin ich auf Medium ist mein Level drin. Ja, das ist easy. Aber fahr die erstmal. Ja, das ist ja nur noch. Ja. 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 Und die sind im Boxenmauer und so im Nah. Ja, kann ich. Ja, kann ich. Ja. 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 Soft Ah, die Runde geht noch besser Ja, ich hab einen auch, den Letzten Ja, sie hat nur drei, diese langgezogene Lebensdienung Ich könnte ja Cut Ja, Mark fährt doch Soft Fuck, Alter Die zwei Leute jetzt in Ende, Anfang Sektor 2 bitte gleich Platz machen Ja Danke, 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 danke Hier kannst du überall weit rauslaufen Ich bin wieder hinter mir, der Mann Kudos Ich bin wieder hinter mir Bleibt meine Zeit gespeichert, wenn ich das Spiel neu starte? Ja, eigentlich schon Eigentlich ja Wenn du vom Q3 reinkommst, ja Ecki Andrea, was da passiert? Ja, gut gemacht Guten Tag Ja Keine Lust mehr Ne, ich hatte nur diese eine Runde greifen, ich habe es hart Auf Medium kann man ruhig zwei schneller reinfahren, das schadet nicht so viel Ja, ja Ich habe jetzt zwei schneller runden gefahren, hat nur 6% Punkte, geht noch Ja, aber das Problem ist in der zweiten Runde, hat gleich neben die Strecke gekommen Oh ja, das war ja Ich weiß nicht, wo man andere mit vorbehalten Ich habe es hart gesagt Alter, ich bin 9er Wow BDL, ne Kann bitte mal jemand Yannick sagen oder so, dass er in Liga 2 reingehen soll Ähhh, wem Ja, kann ich machen Da ist ja der Frost in dir Geht der? Ja, ja, ich weiß nicht Soll ich nicht schnell Ja, ich gehe jetzt auf die Stelle Ja, sag ich ja Kannst du machen, Rettfeuer, wenn du da Du musst dann das Steam-Mobile eröffnen, ich kann das ja nicht wegen Crips Ja, hau, kann ich schreiben Ich tue gar nichts Ich tue gar nichts Peter, was musst du denn fahren? Hä, 11-8 Peter, wer nicht etwa eigentlich ist? Den Lauf Wetter Ja, die sie Wenn ich mal weg Vielleicht müsste Yannick noch mal nehmen Der Tee ist auch ein bisschen abgekühlt hier Doch, ich jagen, ey Was soll ich ihm schreiben? Ich sag mal, er hat ein Lobby gegen Er joint die ganze Zeit der ersten und der zweiten Liga Vielleicht überlegen, ob ich aufs Hoffd rausgeheb Jo, Spiel ist klar Aber Schluss Ach, kacke Der Startstart ist sehr niedrig Dein Tank ist fast leer Komm innerhalb des Euren höhen Spots Ne, jetzt hab ich vergessen, euch zu muten Ich kann's ja noch mal raus Ich hab die Waffen Ich hab eh auch Push bezogen Ich hab eh auch Push bezogen Und dann Mein letzter Sektor, wenn ich ein bisschen langsamer mag Ich hab die letzte Was? Ich meine, ne Runde war so gut Aber da hab ich jetzt gut Die letzte Schlüssel 9 ist gut, man Also, das letzte Sektor oder was? Lol, bei mir steht Ich bin erster mit 1,2 Ach so, lebt, lol Wieviel da bin ich? Wieviel hab ich da verloren? Ja Du wärst halt schneller gefahren Nein Ach was? Ich war eine Sekunde auf zwei große Zeit Bei mir wär ich mein erster Und hier Bei mir werden die alten Zeitungen angezeigt Das ist das Problem Ich wär halt schneller gefahren Das ist halt das, notier Ja Was gut ist, ist aber ein HZ und Start Ja, ich glaub schon, dass ich da nicht weiterkommst Vielleicht weiterkommst Vielleicht weiterkommst Ja, aber vorgestanden Ich hab schon mal auf die Sock Ja, auch Aber der kommt jetzt Ja, aber guck dir mal die Zeiten an Guckt euch mal meine Zeit an Die Leute hinter mir sind auf Medium, oder? Bei Lannermann ist vorne Wo bist du? Okay, ich hab ja mal gesagt Jetzt soll ich mal vorfliegen Und wie ist, ob ich eine violette Zeit in Sektor 1 Ich glaub das Da war ich jetzt doch mal mit Medium raus, oder? Craft in Sektor In Sektor 3 Wenn ich jetzt 3 Mark Wer soll's? Alter, wenn ich den letzten Sektor verloren hab Der Zehntel Ja, gut Ich bin eine Lf6-Gefahr Mit deiner letzten Rollerzeit Bist du uns B-5-5-5 Oh 2000 Aber Tobi, jetzt sieht man gut aus, ne? Bei mir ist ich noch mal noch mal, oder? Bin ich jetzt 10 da? Ah, das An Sicht von die Rücken nicht verricht, aber Ja, besser Da kommt man, warte, der ist gerade Jetzt Wer kann denn nur noch warten? Komm Wird David muss noch mal Soft Ich hab ja gesch... Ich schreib mit dir Ich hab ja gesch... Ich schreib mit dir... Du sollst... Du sollst... Du sollst... Minecraft die erste Elfter... Jetzt bist der Elfter Ja... Das wolltest du doch sein... Hilf da... Wer ist Elfter? Ich... Ah... Komm mal jemanden gleich mal versuchen... Ja, nehmt da... Ich heiße ihn mal auf... Boah... Boah... Oh, dieser Reifenbriss echt... Boah... Der lässt einen echt überlegen... Ich bin jetzt nochmal auf dem Medium so rausgefahren... Bin nur 2 nochmal rein... Der... Der... Ist der hoch der... Ist der hoch der Reifenbriss vielleicht? Weiß es nicht... Ja, ist er... Na, das ist Brasilien... Nein, doch... Welche Reifen sind viel zu hart für Brasilien sogar... Ich bin jetzt auf dem Medium... Alter... 8... Ist gar nichts... Hast du mich gefahren? 12... Fünf... Sieben Zehntel... 14... Ah... Gut... Alle auf Medium, Alter... Naja... Wach 4 Minuten... Tobi, gehst du auf Soft nochmal? Ich mal größtens... Internet... Weil... Antonio kann schneller, du kannst schneller... Ähm... Ne... Ich bin jetzt in alle... Das ist kurz... Ich hab... Ich hab... Ich war mal auf Soft raus... Eine angefahren... Hier... Wieder die letzte Kurve gehabt... Ah... Ich wies nicht... Hast du dir der Schnellste auf Medium gefahren? 12... 12... 11... 11... 11... 8... 2... 2... 2... Anzug nicht schneller als Kostisch... Alter... 11... 8 auf Medium ist stark, Alter... Ich... Ich war so irritiert... Ich hab die Hunde nicht hinbekommen... Ich hab da... 20... 50 Meter zu früh gebremst... Irgendwie auch in den ersten geschalten... Dann wieder hoch in den dritten... Lommel hoch und da... Leck... Das war richtig... Das war richtig komisch... Weil ich sehe eure Zeit nicht... Weil ich hab mir überhaupt... Ich hab mir überhaupt... Was bringt... Tobi, bleib mal in der Box... Dann schaust du fast direkt vor mir... Ja... Ja... Was bin ich... 13... Ja... Hat hier überhaupt noch jemand draus? Night nochmal? Auf... Nein... Dann noch mal... Nein... Wie lange geht die Session? Meine Medien sind... 2... 2... 2... 2... Meine Medien sind schon bei... Ich... Wo waren denn meine Medien? 13% Alter... Ne... So... So oft benutzt... Ich meine... Dann auch fast 10 jetzt... Tobi, fährst du auf Nightsofts... Oder auf Gebrauchten? Gebrauchten... Oh Gott... Alter... Also bei mir bin ich Erster... Haha... Ich war denn... Weil ich zündel... Ich müsste mich schnell entscheiden... Ich muss mich auch entscheiden... Ob ich ihn raus soll... Wie lange ist er noch? Äh... 2 Minuten... Ah ok... Also Liga 2 schon im Rennen... Ja... Bei einem Qualifying... Ja... 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 Nein... Wir sollen das denn machen... Er ist nicht... Er ist Liga 2 Stammfahrer... Und... Und der trotzdem Liga 1... Ja... Großmarsch... Was denn da... Plötzlich... Eine Sache... Was kommt morgen im Test dran... Und dann wird ausgerastet... Wir sind nun... Oh nein... Ich hab starke Zeit... 8 Minuten... Ey... Tobi... 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 Ich hab einen in der Klasse... Des Immigranten aus Afghanistan... Und da schreibt einer in die Gruppe... Äh... Wo H... So ein H ist... Wofür H steht... Sollten die meisten wissen, oder? Ja... Und dann... Und dann schreibt er so... Was bedeutet... So eine H ist... Höh... Ah... Aber er kommt zurück... Heiße Schnitte... Ja... Fiff jetzt... Heiße Schnitte... Und dann trägt er was ist heiße Schnitte... Höh... Bunker... Ja... Eine Milchschnitte... Du wollte es doch sein... So ein Schnitte heiß ist... Ja... Ich glaub Tobi bekommt keine Grund mehr hin... Ja und? Jawohl... Ja... Also... Tobi wirds knapp... Na ja... Ich glaube nicht... Der letzte Sektor ist unten, krieg da hin. Boah, Quarks! 11.7 auf Medium. Eiei, Julia. Die war gut. Und ich hatte maximal 3 Stunden Übung auf der Strecke. Bei mir ist Quarks auf Soft gefahren. Ja, ist auf Medium gefahren. Bei mir auf Soft? Ja, Tobi schafft das über die Idee. Hab ich ja gesagt. Ach so lange. Meist nicht, wieso fährt Tobi nochmal raus? Das ist doch Easy Vierter. Bei euch nicht? Ich würde ja keinen Druck machen, weil die unten muss sitzen. Kann ich keinen. Ah, jetzt hat sie mich kronosiert. Warte, ich bin Tobi schon drauf. Ah ja, bei mir ist Marc immer noch Box auf. Das ist ein Untersteuer. Die Kamera... Das nächste Woche hat McFriday. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Nicht schlecht. Oh nein. Was war's? Oh, muss noch nicht sein. Auf Soft kann es immer noch so 14 da rein. Halt rein. Ich weiß nicht, ob es ihm das wert ist. Da muss ich ja nur Kapitel kommen. Entschuldigung. Hier habe ich immer riesen Untersteuer. Ja. Yo. Wo ist das Kultfassettel? Zwei. Jetzt gleich drei. Ja, das dauert nicht. Das wird doch schlimm müssen, oder? Könnt eng werden. Ganz in die Farbe. Keine gute Runde. Tretter. Nein. Nein. Trifft doch. Warte mal wieder ein Q3. Haha. Tobi ist eigentlich so Red Bull, weißt du? Erst auf Milimum fahren und dann 8 auf Kultfassettel. Halt rein. Sorry. Okay, Tobi ist doch nicht direkt vor mir. Ich muss eigentlich nur noch ein paar Safety Gas hoffen. Halt. Es kommt eh wieder eins. Also eigentlich kann man da mit rechnen mit Peter in der Wand. Nein. Hey, im letzten Rennen habe ich gepünkelt. Also... Ne? Quarks muss ich mir noch aufgeben. Wenn wir fährt Tobi noch. Ja. Gib mal auf Tobi. Ich kann nichts drücken. Ich gucke halt selber zu. Tobi wurde in die Boxengasse gefahren, beamt, dann drüber raus. Da guckt man Platz 3, 4 und 5. Bananamen. Nein. Boah, Philipp, Alter. Und dann ich auch noch dazu, Alter. Das ist gar nichts, Alter. Das ist gar nichts, Alter. Das ist gar nichts, Alter. Hätte ich die letzte Kurve nicht verschissen, ne? Ja, dann wär's doch hin. Was? Wie kann denn jemand hinter mir sein? Niklas, ging das nicht mehr? Alle auf Medium. Alle auf Medium. Ja, alle auf Medium. Platz 2, Platz 6 sind wir. Oh, seid ihr. Ich seh noch Grasalm. Ich wär 15. Platz 7, Platz 10. Alter. Alter. Fühlt ein spannendes. Das war eng, Grasalm. Alter, was das fehlt? Ja, ich fahr lieber auf Medium als auf Soft. Das ist keine zehnte zwischen Platz 3 und 8. Warte mal, geht ihr schon weiter, weil ich seh noch die Boxengasse. Ich seh gerade die Doppel-Links nach dem ersten Sektor. Ja. Bei mir bin ich im Endbildschirm. Also ich auch, weil Qualify angeht, ne? Bei mir fehlt Grasalm. Ich seh die langgezogenen Legen. Bei mir fehlt Grasalm. Ich seh die langgezogenen Legen. Bei mir fehlt Grasalm. Oh, Q2 haben Grasalm der Boxengasse. MSC total schade. Bei mir fehlen noch 5 Leute. Ja, ich bin noch der Boxengasse, also guck ich zu. Kraft gegen Quarks. BVB, Nayib. Ich bin schon. Was ist das? Ich bin in der langen Linkskurve da. Ja, ja. Ich bin im schönen Kran in der Mitte. Den schaut nicht gerade zu. Grasalm. Ich bin mir aufgegeben. Also ich bin bei mir warten auf Spieler. Ja. Bei mir auch. Achso, tut mir leid. Ich bin gerade aus dem Spiel draus getappt. Gar nicht so schön. Drei fehlen noch. Bei mir fehlt jetzt noch Nayib und Quarks. Und Antonia. Ich muss immer noch Grasalm zu in der Boxengasse. Ja, du musst neu starten. Boah. Muss reconnecten. Das ist ein Bug. Aber so gratis und Nayib fehlen. Aber das dauert eigentlich relativ lang. Also einfach aus der Lobby rausgehen hier oder was? Multiplayerverlust. Ja. Kann er denn wieder rein? Ja. Wenn er schnell macht. Ne, wie hat das auch nicht da überhaupt geladen? Boah, so ein Neues wird da auch raus. Ja, es wird geladen. Es wird nur ein Rennen geladen. Ja, das wird ein Rennen noch nicht geladen. Ach, ich würde schon. Du sollst einen Rennen noch einen Start haben. Ach, ich würde schon. Quarks und Nayib. Was sind's denn? Ich kann auch nicht Zuschauer-Modus drücken. Nayib? Ich bin Quarks gelaufen. Ja, du musst halt warten, weil wir gerade im Ladescreen sind. Achso. Quarks ist geladen. Quarks ist Nayib. Jetzt finden wir Nayib. Ja. Jetzt etwa. Jetzt glaub ich solltest du's können. Ja, jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch geladen wird. Wirklich. Ich schau mal auf den PC. Wenn er raus will. Warum sind im Pro3 die Fans also laut? Seid doch froh, oder? Nein, das ist Atmosphäre. Hier ist es extrem laut. Ja, keine Fans. Keine Fans für den Ausländer. Das sehe ich so PC. Keine Fans für den Kroaten. Ich bin der Ausländer. Ich hab schon mal einen Grinti in der Formel 1. Ja, klar. Fahr mal zur Platz. Ja. Wahrscheinlich ist da irgendwas mit Stianis. Stupackis oder was? Können wir das mitgugeln? Stianis ist Formel 1. Hat nicht so viel raus. Schreck ist verbrotzt. Formel 1 ist. Ja, bitte die Fresse. Danke. Aber ich bin doch bestimmt. Oh Leute. Ich hab nur ne gut kurze Boxenausfahrt. Keine Ahnung. Ja, es gibt Nikolas von Batzis. Rieche schön. Hier. Nikolas von Batzis. Das schubt ihr nicht. Wieso wird mir Marco eigentlich als Teamkollege angepasst? Ey, guck mal. Ist von Athen, eyda. Zuletzt war er Chefdesigner von Skudrea Barache. Was ich wirklich regne. Langsam wünsch ich so. Ist mir. Bei Liga 2 hat immer Regen. Liga 2 hat richtig Mischmasch bei denen. Immer. In Mexiko. In Mexiko. Regen. Trocken. Bei uns Testrennen. Regen. Regen. Liga. Kein Regen. Ist doch cool. Sag ich den Waco auch richtig mit. Okay. Da kann eh das nicht gut liegen. Monaco wird schon mal. Aber das hatten wir ja schon mal Monaco. Monaco Regen. Hatten wir das mal? Ja, das hatten wir. Stau zwei Faxen, oder? Stau zwei Faxen, oder? Stau zwei 14er Liga. Da hatten wir das Rennen. Voll Wettdrehung. Fahren wir jetzt breitend von Monaco. Ja. Wir fahren die westlichen Strecken. Singapur, Monaco. Oh Tobi, ne? Kanada. Ich hab ja Karriere in Monaco gefahren. Und da hat tatsächlich Nasa mein Report von 13 Boxenstops gebracht. Hast du mir das Spiel 14? Ja. Habt 14 Boxenstops gemacht. Ja, aber das war die KI. Ja, aber das war die KI. Was ist das? Und ich ess jetzt. Okay, Karriere war ein Fehler drin, oder? Philipp wird jetzt 11-2, gute Runde. Ja. 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 11-4. Letzte Sektor verkackt. Jawoll, Pitea. Boah, das wäre ne 11-0 gewesen. Pitea. Hetzten noch nicht hinbekommen. Er hat diese Kurve, diese Linksgauer verkackt. Philipp. Oh. Drei Tau... Drei Balanza eine Bappe kürzt Antonius 10-9 Ansage Guckst du nur drüben? Oh schwarz hier 1-22-6 So direkt da war ein Fehler drin Ja Bappe kürzt und dritte Kurve 4-5 Achja, die Kurve ja Nö Holtst du den noch frischen Reimsatz? Ja Dann kam wieder los 8 Minuten 10 Echtere Bremse ist in Ordnung Oh, es wird ganz knapp Mark Schon beieinander mein zu Wieso? Erste Zeit Wieso? Best-Set Vektor 1 Aber zweiter Sektor hat er keine Best-Set gehabt Da bist du nur vorne Es wird ganz, ganz eng Wird ganz eng Wird ganz eng Er ist erster, oder? 85.000. Er ist erster Der letzte Sektor war noch besser Ja Bro Wieso hört sich ein Formel 1 Auto Kann ich nicht sein Alles klar Wieso? 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 Bist du jetzt vor Bananaman oder? Nein, er ist vor mir an. Das ist halt mal kurz zur Runde, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man naheinander liegt. Tja, aber warum ist so nah? Hä, bitte hier, Bananaman haben die gleiche Zeit, das ist super. Und wenn du sie folgst noch auf AOR-Liga denn? Wenn die, wenn die Brasilien machen. Völlig Liga. AOR. Wer kommt gerade in der ersten Kurve? Die erste Kurve ist gerade Philipp, ich bin mir nicht sicher, ob das gerade abwitzend war. Aber würde ich auch so ehrlich sagen, dass es abwitzend war. Aber weiterfahren. Eieiei. Wird eigentlich anders, wenn du bei deinen ersten Kurve durchkommst. Okay, der ist noch nicht gut. Der Williams, was macht der da? Weg verloren. Ich kann mal sagen, das war's für die Runde. Für mich? Hat er einen Schubacher gemacht. Der kostet... Keine Williams bis zur langen Geraden fahren, danke. Hehehehe. 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 Antoni hat auf ihn verdreckt. Dieser Film hat sich verbessert. Er ist immer noch Gritter. Hehehehe. Hehehehe. Das war's für die Runde. Das war's für heute. Das war's für heute, oder? Ja. Das war's für heute. Wie lange ist es noch? 3 Minuten. 3 Minuten. Kalau, vor ich habe noch eine Stelle. Los, du zieh Tobi. Ich glaube an dich. Boah, okay, ich glaub nicht mehr an dich. Bitte fährt nochmal eine Stelle. Oder auch nicht. Ja. Was ist Platz 3 für eine Zeit gefahren? Was ist Platz 3 für eine Zeit gefahren? 1, 11, 0 wahrscheinlich. Oh, Philipp, nicht einmal Rasen in der Boxengasse. Brauchst du den, macht gleich Platz. Philipp hat zweimal Rasen in der Boxengasse. Unartiger Junge. Brauchst du doch mal schnell eine Runde? Ich bin nicht. Komm Peter. Fährst du gleich alle runter? Ja. Okay. Ich den auch gleich. Jetzt kommt Marc mit neuer Restzeit. 3, 3, 1. Na gut, passt. Spiel an der Sessionzeit, da üben wir aber nochmal, ne? Ja. Ja. Dann weiß ich. Nein! Alter! Viertausendstel! Viertausendstel, was? Die Runde war aber richtig gut. Mit. Mit CH. Die Runde war richtig gut. Ich glaub du hättest dich so nah an der Wattwarte. Die Runde war richtig stark. Die Runde war richtig stark. Einen dritten Sektor hab ich wieder ein bisschen verloren. Ich hatte erster und zweiter Sektor Westzeit. Ich weiß, ich hab's gesehen mit der AC richtig rund bei dir und nette Kurve wieder. Ja. 3, 2, 1. Na gut. Da wär die Zeit jetzt auch wieder weggewogen. Ja. Ich weiß nicht, wie sie gucken würde. Das war ne ganz gute Runde. Philipp fährt wieder. Ich hätt's vielleicht sogar noch geschafft, der zur Fliegerinne zu fahren. Aber ich hab zu langsam gemacht in der Runde. 1 L 1. Ja. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Eins. Zwei Sekunden haben gefehlt. Und ich hab noch ne Chance grad. Ah ja. Na egal. Philipp hast du mal ne Chance. Die Runde war richtig gut für dir. Ja. Für jeden. Ja du mag es dritter. Bitte ja. Dritter? Ja. Nein. Hä? Achso. War ja. War ja zu schlimm. Ah ja. Schwarz, was ist deine Zeit? Nein. Seh ich nicht verwirrt. Meine Reifen waren tot. Ich hatte schon 20 Spalt. Schwarz, was ist deine Zeit? Äh. N2. Eskalier. Mann. Äh. Äh. Philipp hat 48. Die 10-7 ist denn stark? Also ich versteh das Spiel nicht. Warum bekomm ich da ungültige und in der zweiten Kurve kürzlich ab wie Sau? Da krieg ich nichts. Ja du. Philipp das kenn ich. Ey. Philipp kriegt mich jetzt nicht verarschen oder? Philipp kriegt wahrscheinlich 2.000 Spiele. Ja das versteh ich nicht. Ja das ist gut gemacht. Ich bin verarmt stolz das nicht. Ich mach für dich. Wie bitte? Jetzt kommt nochmal Tobi mit seiner Runde. Ne die ist bloßig und langsamer. Brauch den kannst du nicht auf den Runde ey. Und überall Zielinie fahren. Ja. Fährt noch jemand? Philipp wollte auch ab. Äh. Äh. Das ist so. Ja Philipp fährt noch. Ja fährt in die Box. Marc wird mir aber noch angezeigt. Oh wow. Let's do this. Kraft dich. Und Kalif kannst du das riskieren. Da kriegst du jede Fahrt zu führen. Kraft dich. Ich pack's einfach nicht mehr. Gott mein letzter Sekte war so scheiße. Was vielleicht wechselt er wahrscheinlich wieder extrem lange. Ja. Achso du meinst dieses Spiel? Ja schnell. Wir tippen da. Wir tippen da. Wir tippen da. Wir tippen da. Philipp das ist die Definition einer mechanischen Tastatur. Da kloppt man gerne mal ruf. Ja ich klopf nur auf den Tisch. Einmal richtig drauf ey. Philipp was hast du für ne Zeit gefahren? Ja ich mag Schreibmaschinen. Philipp ist nur 1. 11. 399. 099? Ja. Boah ich war nicht mal ne 10. Ja doch schon cool. Ja. Tobi ich 1. 1. 11. 1. 1. 1. Na gut. Bitte noch keiner weiter drücken gleich. Ja also. Ah bitte. Oh nicht Erik oder sowas. Bitte gleich erstmal weiter uns holen geh. Du nimmst nicht weiter. Kann sein dass das wieder einer irgendwie raustritt oder sowas. Ja also ich hab da hinten wahrscheinlich wieder mal ne Konfrontation mit Erik. Also. Ich glaub Bananen möchte mitfahren heute. 3 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 1. Peter. Hohohoho. Peter. Ordentliche Runde. Du konntest keine richtige Frage. Danke Erik. Ich hab zu viele Fehler gemacht. Was mit Erik? Er hat wie weitergedrückt. Er hat kein weitergedrückt. Er hat gerade Stopp, Alter. Bitte dich, Tobi. Dann muss ich jetzt schon weg sein. Weil wenn Erik jetzt schon weitergedrückt, der Huren ist und dann ... 13. Zwischen Platz 32. Das wird nicht anders. Tschüss. Hey. Nee. Philipp hat immer so einen Millimeter Vorsprung. Wer startet jetzt von den ersten 10 auf Soft? Ähm, ich, Marc und Cosritsch. Nick, oder? Ja, doch und Cosritsch auf die Beine. Cosritsch auch, aber wenn er jetzt keine Zeit gefangen hat. Alja, what? Das Spiel laut, ey. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.